Es ist schon eine Weile her, doch was Sylvia Wollny einst über Kondome zum Besten gab, dürfte ihre Fans auch heute noch interessieren. Sylvia Wollny ist immer für eine Überraschung und einen Scherz zu haben, und das ist auch gut so. Mit ihrer Art hält sie die Fans nicht nur in ihrer eigenen RTL 2 Serie Die Wollnys, eine schrecklich große Familie bei Laune, sondern auch bei Besuchen in anderen Shows und Formaten. So war es 2021 auch in einer Folge der RTL 2 Sendung, das Supermarkt-Quiz. Ohne Sylvia wäre das Format wohl deutlich öder gewesen. Die anderen Kandidat, innen Jenny Frankhauser, Tobi Wegner, Jürgen Milski, Sandy Fese, Matthias Mandapane und Hubert Feller, konnten bei ihrem Einkauf für einen guten Zweck kaum für Unterhaltung sorgen. Sylvia Wollny ist für ihren speziellen Humor bekannt, die gähnende Langeweile konnte auch Moderator Chukru Peliwan damals kaum wettmachen, aber zum Glück gab es ja Sylvia Wollny. Die elffache Mutter Deutschlands bekanntester Großfamilie sorgte für einige Lacher und verriet das ein oder andere Detail über sich. Auf die Frage, wer zu viel erhaltenes Wechselgeld zurückgeben würde, zeigte Sylvia sich verständnisvoll. Die arme Verkäuferin, die für ein paar Euros an der Kasse sitzt, die muss das von ihrem Gehalt wieder reintun. Die Wollnys Oberhaupt Sylvia Wollnys Philosophie zum Thema Kondome Bis heute dürfte jedoch ein Zitat von damals sich in den Köpfen der ZuschauerInnen gehalten haben, denn Sylvia Wollny verriet, dass ihr Kondome offensichtlich fremd sind. Als es um das Verhütungsmittel ging, sagte sie unverblümt, da kann ich nicht mitreden, sonst hätte ich keine elf Jungen. Damit spielte sie scherzhaft auf den Kindersegen im Hause Wollny an. Sich selbst auf die Schippe nehmen, kann Sylvia Wollny also gut, und das ist doch irgendwie sehr sympathisch.